Just MBX it. Das MBX Metal Blaster System entfernt Dichtmasse unter Boden- und Steinschlagschutz, Rost, Lack, Aufkleber und Klebstoffe. MBX zur Entfernung von Dichtmassen ohne Entwicklung von Hitze oder Dämpfen und ohne zu schmieren. MBX zum Entrosten und Entlacken ohne Riefenbildung. MBX entfernt Aufkleber ohne Hitzeentwicklung oder Lackschäden. MBX arbeitet sicher in scharfkantigen Bereichen an Hindernissen und reinigt Schweißnähte in Sekunden. MBX arbeitet mit verschiedenen Aufsätzen. Das grobe Bürstenband erzeugt mit scharf geschliffenen, gehärteten Spitzen einen einzigartigen Meißel-Effekt. Die einmalige Konstruktion verhindert Hitzeentwicklung, Zusätzen oder Schmieren, selbst bei Zähem, Unterbodenschutz oder wo es eng wird. Das mittlere Bürstband mit scharf geschliffenen, gehärteten Spitzen zur schnellen, porentiefen Entrostung in praktisch allen Bereichen. Metallisch saubere Oberflächen ohne Schleifen mit MBX. Das feine Bürstband mit geraden, gehärteten Spitzen zum blitzschnellen Entlacken, speziell in schwer zugänglichen Bereichen, ohne Schleifen, problemlos auch bei scharfen Kanten und Schweißpunkten. Die feinen Edelstahlborsten arbeiten schnell, sauber und ohne zu schleifen auf Aluminium. Lacker und Korrosion werden entfernt, Nieten bleiben intakt. Zur Erhaltung der maximalen Leistung sind alle Bürstbänder im Linkslauf auf einem Schleifstein nachschleifbar. Der Folienradierer mit seinen einmaligen, luftgekühlten Lamellen entfernt Aufkleber und Klebstoffe in Sekunden. Die Kombination aus Luftkissen und luftgekühlten Lamellen vermindert Reibungshitze und entfernt selbst Klebstoffe von empfindlichen Kunststoffteilen schnell und sicher. Just MBX it